hallo liebe leute wir sind ja so ein verlassenen gelände wie man sieht waren ja auch die kupferklauer und so unterwegs ne alter geil echt krass was hier so alles findet und die haben sich hier richtig ein nest gebaut mit absäunung mit keine ahnung mit einer platte da hier sitzgelegenheit hier haben sie feuer gemacht sogar und überall hier haben sie stühle hin hier mit bänken und alten sitzgelegenheit und noch mehr stühlen da ist ein einkauf sogar ein einkaufswagen haben sie mit hierher geschleppt war nicht wie die das geschafft haben der wahnsinn da sieht man bierflaschen hier sind sogar reifen gestapelt mit einer bank die kaputte ist und stühle da waren hier welche voll am werk das ist schon hartes stück leistung du wahnsinn wahnsinn